Hallo, ich bin Andreas. Hi, ich bin Brunica. Wir beide studieren im Master Soziale Arbeit an der Hochschule Osnabrück. Und wir befinden uns hier gerade auf dem Caprivi Campus, den wir euch jetzt gerne zeigen möchten. Na dann mal los. Der Fokus unseres Studiengangs liegt auf der lokalen Gestaltung sozialer Teilhabe. Das Spannende an dem Studiengang ist, dass der Blick vom Einzelfall weg hin auf die Strukturen im System gerichtet werden. Ich persönlich habe auch meinen Bachelor hier in Osnabrück studiert, mein Bachelor Soziale Arbeit und finde an dem Master sehr spannend, dass gerade sozialpolitische und sozialplanerische Aspekte in den Fokus gerückt werden. Ich habe vorher Erziehungs- und Sozialwissenschaften studiert und habe hier im Master die Möglichkeit, mein Profil weiter zu schärfen. Unser Studium findet nicht nur im Hörsaal statt, sondern auch draußen in den Quartieren der Stadtteile. So wird das theoretische Wissen auch direkt in die Praxis umgesetzt, wie zum Beispiel hier bei einer Ortsregierung eines Jugendzentrums im Stadtteil Eversburg. Wir können uns zwischen den drei Profilen Bildung, Non-Forfit oder Gesundheit und Diversity entscheiden. In der Forschungswerkstatt erarbeiten wir dann mögliche Masterarbeitsthemen, die wir anschließend dem gesamten Studiengang präsentieren. Auf dem Campus finden immer wieder interessante Veranstaltungen statt, zum Beispiel der Tag der Sozialen Arbeit. Das finde ich gut, denn hier kann ich mit Vertretern aus der Praxis über aktuelle Themen diskutieren. Wenn dich das Verständnis von Strukturen und die Gestaltung sozialer Räume interessiert, findest du hier mit Sicherheit deinen Platz. Und wenn du Lust auf kleine Arbeitsgruppen, kurze Wege und ein engagiertes Team von Lehrenden hast, sowie darauf dein fachliches Profil zu schärfen, dann bist du bei uns auf dem Campus genau richtig. Bis bald auf dem Caprivi-Campus.